Ich bin vollkommen entspannt. Dadurch lösen sich alle Muskelverspannungen und Nervenquetschungen im Nacken- und Rückenbereich und meine gesamte Wirbelsäule ist gelöst und beweglich. Ich bin eins mit allem, was ist. Ich bin offen dafür, Liebe zu empfangen. Ich bin geistig aufgeschlossen und beweglich. Ich bin schön. Ich bin dankbar für die Synchronisation meiner Gehirnhälften, die volle Kapazität meines Geistes zu nutzen. Ich bin bedingungslos liebevoll. Ich bin wunderbar. Ich bin dankbar für die wunderbare Natur, die mich umgibt. Ich bin dankbar für die Nahrung von Mutter Erde und die Segnungen des Himmels. Ich bin ein wunderbarer Mensch, vollkommen liebenswert geboren und der Liebe würdig. Ich bin so glücklich und dankbar für die Freiheit, die ich habe, ich selbst zu sein. Ich bin dankbar für die Freiheit, die ich habe, 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 ich habe Vielen Dank.